Perraro geht oben dir! Wir sind hier auf der Binneralpa und wie man sieht, hier wird auch Federball gespielt. Die Frage ist natürlich, habt ihr überhaupt Zeit zum Federball spielen eigentlich? Mit so vielen Kühen auf der ersten Alpa, etwa 120 Kühen? Da ist man doch im Feuerstress. Wir haben gesehen, ihr seid hier am Federball spielen. Habt ihr überhaupt noch Zeit für Freizeit? Ja, eigentlich nicht, aber die nehmen wir uns kurz. Manchmal muss man einfach abschalten von der Arbeit, die erledigt werden muss. Und einfach mal ein bisschen relaxen und dumm tun. Jetzt ist man hier zu viert unterwegs, fast 24 Stunden zusammen. Ins Tal geht ihr ja nicht so viel. Das ist noch recht weit weg und ihr habt auch viel Arbeit. Wie hält man das aus, Florian Schreiner? Das hält man eigentlich ziemlich gut aus, nachdem wir uns alle eigentlich kennen. Entweder von der Schule her oder eben aus dem Allgäu. Und der Philipp ist eben mein Onkel. Und da ist das sowieso kein Problem. Mit dem Philipp als Kapo ist das ganz gut. Und ja, es muss miteinander funktionieren. Das ist jetzt ein bisschen die Verantwortung von Philipp, dass es untereinander harmoniert. Dass wir untereinander klarkommen. Und das muss aber auch schon im Vorhinein klar sein, dass er die Leute auch bestimmt aussucht, die er mitnimmt. Dann können wir jetzt zusammen Federball spielen auf der Beiner Alpa. Ja, doch auf jeden Fall. Wir hatten mal Zeit dazu.